Es war für uns auf jeden Fall cool, dass wir es geschafft haben. Wir wollen da natürlich das Maximale rausholen, aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir jetzt in St. Moritz mit dabei sein können. Ja, wir freuen uns natürlich. Wir freuen uns, in St. Moritz an den Start zu gehen. Ich muss sagen, wir hatten natürlich darauf gehofft, dass wir die Finalqualifikation schaffen und freuen uns jetzt ganz besonders, dass das so schön mit einem Sieg geklappt hat. Wir freuen uns, es ist schön. Es ist für uns mit ein bisschen Hektik und einfach der Herausforderung, überhaupt ein Team zu finden. Insofern glaube ich, dass unser Kader so breit ist, dass wir das auch irgendwie meistern und in St. Moritz ein vernünftiges Team entschicken. Raumscher